Herzlich Willkommen zu einem neuen Paar von Let's Play Fifa 17 Online. Wir spielen das mal mit Augsburg, weil Augsburg eine sehr gute Form hat. Und ich Augsburg einfach interessant finde und einfach mal austesten wollte mit einer Vier-Sterne-Mannschaft. Ja, einfach mal testen gegen Newcastle United. Die sind auch eine Vier-Sterne-Mannschaft, was? Nicht gedacht. Er hat schon die erste Chance, ey. Unglaublich. Bin einfach richtig schlecht hinten in der Verteidigung. Und er macht schon das erste Tor. Liegen wir schon wieder zurück, aber ist noch alles drin. Hat ja gerade das angefangen. Schon wieder so ein Wichser, der die Tore anguckt. Jetzt noch ein ganz hartes Stück Arbeit. Ein Unentschieden reicht nicht. Ein ganz starkes Tor und überragend vorbereitet. Sehr gut gespielt und die Direktabnahme ist dann technisch sauber. Ganze vier Minuten sind vorbei. Gut, wir liegen zurück. Nicht schlimm. Das könnte gefährlich werden. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch nochmal anziehen. Was? Der Tor aber gehen nicht dahin. Jetzt kommen Sie wieder näher ran. Das reicht Ihnen heute nicht für den Aufstieg. Das war ja ein easy Tor. Aber warum haben wir das Tor nicht angeguckt, ey? Wenn er das macht, muss ich den Raum machen. Nein, ich lasse den jetzt nicht der Druck zurückzulegen. Letzteser Gegner hat er richtig Druck gemacht. Wenn ich das auch machen könnte. Aber ich kann das irgendwie nicht. Beziehungsweise weiß ich, wie er das gemacht hat. Jawoll. Gut gemacht, Hitz. Das macht er gut. Die laufen auch alle drei auf einen Punkt. Das könnte die Chance werden. Er dribbelt gerne. Das merkt man schon. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ey, warum nimmst du den nicht in der Hand, du? Der Ball ist draußen. Das ist ein Einwurf. Die Armee. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Er versucht auch schon wieder Druck zu machen. Die Aufstellung auch ein bisschen geändert. Ich habe Altitop reingetan. Ah! Das ist viel zu langsam gelaufen. Hätte ich mal besser geschossen. Scheiße. Er passt ins Aus. Super. Läuft sich aber mal einer frei. Ah, der läuft nicht mit. Scheiße. Wenn ich da zum Schluss gekommen wäre, dann hätte es gerappelt im Karton. Jetzt wird es gefährlich. Viel zu einfach. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Er zieht ab. Gute Aktion vom Sohn. Viel zu einfach immer. Mann. Warum kann ich den nicht richtig verteidigen? Das gibt es doch nicht. Schmied. Sie passen dem Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Altitop. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt ein Schuss. Den Ball hält er gut. In die Mitte konnte ich nicht gut passen. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Ach was. Wenn ich von Eckfahne gerannt komme, das ist ja kein Wunder. Oh, ist ja schnell. Wird es jetzt gefährlich? Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Schon wieder so ein scheiß Eckball. Und es gibt Eckball. Schöne Flanke. Gale. Oh, schon wieder richtig ein Eckball. Das gibt es doch nicht. Läuft nicht gut für Sie, ne? Sie liegen hinten. Ah, wird schwer jetzt. Wird schwer jetzt. Nochmal kurz zur Erinnerung. Sie brauchen den Sieg um den Aufstieg hier heute. Wenn ich mir da so ein Wichser, der sich die Tore anguckt. Der Ball sah erst gar nicht so gefährlich aus, oder Buschi? Ja, stimmt. Ich dachte auch erst, er geht vorbei. Oder passt er ganz genau rein? Jetzt steht es hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Da kommt der Pass auf außen. Und da verlieren sie den Ball. Die Mitspieler bieten sich an. Gut gelöst vom Verteidiger. Da bleibt er ganz ruhig. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ach, Mann. Warum? Das gibt es doch nicht. Warum kann ich den nicht verteidigen, ey? Ich hasse das so. Ja, guck, das Tor wird an. Nein, leider nicht. So wird es heute wohl nichts werden mit dem Aufstieg. Außer, es gibt ein unglaubliches Comeback. Da hat er nicht mit dem Vollspann durchgezogen, sondern er versucht es lieber mit dem Innenriss. Und wir sehen, das war genau die richtige Entscheidung. Da war nichts zu machen für den Torhüter. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3 zu 1 Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Fairer Einsatz hier. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Es gibt drei Minuten obendrauf. Gute Gelegenheit. Nein. Foul. Elfmeter. Foul. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Ach Mann. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Das könnte die Chance werden. Klasse gespielt. Guter Steilpass. Rückpass. Wo rennt er denn hin? Schlechter Schuss. Schlechter Schuss. Ich komme auf jeden Fall schon besser durch. Über die Torauslinie Ecke. Über die Torauslinie Ecke. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Er schießt mir voll in eine Fresse. Er verkackt ja schon in Liga 10, ey. Gibt's ja nicht. Die Armee. Wird das eine Torchance. Die Armee. Halt ihn drauf. Gute Idee dieser Ball. Ah, wo schießt er denn hin? Schießen können sie auch nicht. Das gibt's doch nicht. Halbe Stunde noch. Dann ist das Spiel vorbei. Gutes Technik. Mit dem Ball am Fuß. Richtung gegnerisches Tor. Die Defensive steht. Ich wusste echt nicht, dass Newcastle eine Vier-Sterne-Mannschaft ist. Habe ich nicht gedacht. Doch die sind besser. Jetzt wird's gefährlich. Damals mit Alan Schieber, da waren sie auf jeden Fall noch richtig gut. Wir kriegen eine richtige Klatsche. Ja, wir schauen uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Ja, da konnte er fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Klasse Tor hier von Ihnen. Da hat das Timing einfach gepasst. Und zwar sowohl beim Abschuss als Wolf. Fast noch wichtiger bei der Hereingabe. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Mir mangelt sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff. Irgendwie funktioniert das noch nicht ganz. Das war ein nice Pass. Sie suchen die Lücke. Ah, endlich mal. Immerhin sieht das Ergebnis jetzt etwas freundlicher aus. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Sollen wir noch auf. Neuer Spielstand. 4 zu 2. Sechs Treffer haben wir bereits gesehen. noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Ach, Kacke. Walsche wieder weg. Gut gemacht. Scheiße. Hätte ich so einen Lupfer gemacht. So einen Lupfer im Laufpass. Ich weiß nicht. Da passt er auf. Guck mal, wenn ich den Tackle, kriege ich nicht den Ball. Wenn die anderen mich tacklen, kriege ich sofort einen Ball. Da ist der Ball weg. Das könnte die Chance werden. Nein. Oh, wenn der reingegangen wäre. Der Ball ist im Haus. Es gibt Ecke. Er köpft den Ball. Geht der rein. Ach, scheiße. Mach vom Torwart. Da kommt der Kopfball. Ach, kein schlechter Schade. Er war trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Damit. Das könnte gefährlich werden. Flanke geht zum Abwehrspieler. Da war mehr drin. Sie holen sich den Ball. Es sieht nicht gut aus. Heute wird es wohl nichts werden mit dem Aufstieg. Aber Wolf, die Leistung heute auch wirklich nicht gut genug. Also da werden sie sich im nächsten Spiel deutlich steigern müssen. Manchmal spielen die zu einem hin, zu dem der Ball gar nicht gehen soll. Chance vertan. Die Kugel ist weg. muss ich erst mal auf Steuerkreuz umstellen. Oh, da steht gar keiner. Boah, das war ein schönes Tor. Ohne Worte. Und besser kannst du die Kugel nicht platzieren. Er geht in den... Das war ein sehr schönes Tor. Gebrauchter Tag, oder Buschi? Kann man so sagen, er fischt den Ball nicht zum ersten Mal aus dem Netz heute. Das kennen wir besser von Ihnen. Vor allem... ...den Hits springt irgendwo hin, wo der Ball überhaupt nicht hingeht. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Da trennt er ihn vom Ball. Gut aufgepasst und abgefangen. Ja, das meine ich zum Beispiel. Bei mir hätte ich den Ball niemals gekriegt. Und jetzt der Lupfer. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Drei Minuten gibt's noch zusätzlich in dieser Partie. Da könnte er sich verletzt haben in dieser Szene. Schuss! Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. So schlimm war es nun auch nicht. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Gefährliche Flanke. Stark vom Torhüter. Ja, war ein schönes Spiel von ihm. Aber ich konnte da leider nicht gegenhalten. Tja. Reicht noch nicht für einen Aufstieg. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr im Nächsten wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.